Ich bewerte heute meine alten Nageldesign. Es geht direkt los mit diesem orangenen Comic-Nagel. Die habe ich auch noch im Pastell. Für die orangenen 7 von 10 und für die Pastell 5 von 10. Der nächste Nagel, den ich gezogen habe, ist von meinem Wednesday-Set. Ich muss schon sagen, dass ich die immer noch mega finde. Die kriegen von mir 6,5 von 10. Next up ist dieser Aquarium-Nagel. Der ist von meinem Weihnachts-Aquarium-Set. Ich habe tatsächlich für jeden Finger einen Aquarium-Nagel gemacht. Am besten gefällt mir der Schneemann am Daumen. Ich habe die geliebt, deswegen kriegen die von mir eine 9 von 10. Der letzte Nagel für heute ist mein Bubble-Tee-Nagel. Das Video dazu hat richtig viel Aufrufe bekommen. Ich finde nicht eins meiner schönsten, aber definitiv eins der spaßigsten Designs. Im Großen und Ganzen würde ich denen eine 8,5 von 10 geben. Lass uns mit den Nägel bewerten. Schreibt mir in die Kommentare, welche euch am besten gefallen hat.